ja hallo und herzlich willkommen zurück zu resident evil dem directors cut und ja jetzt möchte ich mir mal ja ich habe es schon eingestellt ich möchte jetzt mal zu der großen pflanze dort zurückgehen die da unten über über die decke hing und mal schauen ob meine bazooka ausreicht um sie zu besiegen bin ich jetzt wieder fahrt natürlich soll es aber anders sein das ist die hoffentlich greift die nicht mehr nach mehr wenn das jetzt wirklich wirkt mit der bazooka da bin ich echt mal gespannt da bin ich wirklich sehr sehr gespannt ja hier die tür war es also hier unten kenne ich mich wirklich besser aus als wir oben im eigentlichen haus ja lass mal reingehen ja hier hängt ja diese riesen also das was davon ihr seht selbst ich habe 61 schuss auf der bazooka das dürfte ausreichend 3 schuss damit das wäre verrückt ja jill ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 I'm gonna stay in the soldiers area and take a look around Though I'm sure there are still things in that other mansion as well Anyway, let's start searching separately Okay Aber wir sollten uns wieder auf Wir sollten uns wieder trennen Was ist denn das für ein Quatsch, sich wieder zu trennen? Jeder sucht auf seine Weise Na komm, ich will den Kamin, das will ich mal wissen Oh, möchten Sie dies nehmen? Herrenschlüssel, natürlich Herrenhausschlüssel Und sonst noch was? Kann ich den Kamin anzünden? Nein, das kann ich natürlich nicht Ja, ja, ist gut, ist okay, ist okay Ich habe es begriffen So, wenn es keine andere Tür gibt Hier in dem ganzen großen Wahnsinn Ja, die geht nicht auf Weil der Schrank dahinter ist Okay Tja, wenn ihr meint, wir sollen uns wieder trennen Das ist natürlich der größte Fehler Die man in einem Horrorfilm Oder was weiß ich Überhaupt nicht macht So, eins kann ich nur noch mal probieren Die lassen sich nicht beeindrucken Sie ist verschlossen Oh, voilà Ja, ich meine Das hätte mich auch genervt Wenn jemand so laut an meine Tür klopft Oh Wesker Jill So, you're safe That's what I was going to say Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden I'm sorry But I have my reasons Perhaps you guys have met them It was all I could do to protect myself Against those strange creatures Is that right? Anyway It's good to see you're safe Jill Our first priority is to get out of here Yes, you're right Now, there are a lot of rooms in that mansion That we can't get into Because they're locked up I have been looking around for clues Okay I'll go to the other house And see if I can find any clues Will you do that? I'm counting on you Wasker? Ja, was macht der auf einmal hier Das ist schon so seltsam Das war doch eindeutig der Der sich da eingeschlossen hat Wenn es hieß Die Tür ist von innen abgeschlossen Also das muss einem ja eigentlich auch auffallen Und zu welchem anderen Haus Soll ich bitte schon gehen? Was meint er damit? Welches andere Äh, das andere Haus Ich gehe da nicht zurück Ja, es ist immer noch verschlossen Das andere Ich will nicht nochmal zum Menschen zurückgehen Schauen wir erstmal nach Ob überhaupt noch jemand hier steht Denn er ist ja in die Richtung gegangen Es sei denn Er hat sich dort eingeschlossen Was jetzt verschlossen ist Ah, ihr seid alle beide weg Ah, das ist ja Die haben sich alle beide verdrückt Also stecken die zusammen Und haben sich irgendwie irgendwo Was ich jetzt mal meinen würde Es sei denn Hier ist jemand drin Was ich natürlich nicht glaube Zum anderen Haus Ich weiß ja schon Dass ich noch einen Schlüssel habe Jetzt Aber welches andere Haus Möchten Sie dies mitnehmen Ja Brandmunition Kann ich die kombinieren Mit der Bazooka Nein Das andere Haus Okay, das war jetzt Das, wo ich den Schrank verschieben musste Damit sich die große Damit ich da reinkomme Den großen Raum Und dann von innen Die größere Tür aufmachen konnte Und die Pflanze besiegen konnte So Die ist zu Und es ist die Rede Von dem anderen Haus Ich lade aber erstmal Die Munition hier ab Das ist zu Viel zum rumtragen Jetzt dürfte mich eigentlich Normalerweise Theoretisch praktisch Die Pflanze nicht mehr packen wollen Weil die ja jetzt tot ist Nein Nein, sie ist weg Schön Genau so Habe ich mir das gedacht Zum anderen Haus So Ich diskubiere erstmal um Moment Der Schlüssel Was hat der für einen Herrnhausschlüssel Den muss ich mal prüfen Hat der irgendein Ein Helm Ah Leute Könnt ihr euch noch erinnern Im Herrenhaus Oben Da gab es viele Türen Mit einem Mit einem Helmsymbol Ah Das unten Im ersten Stock Waren einige Und Ich verstehe Ein Helmsymbol Ja Nein Falsch Ich muss ganz zurück Ich muss ins andere Haus Das bedeutet ins Wohl unten Eigentlich die Pflanze Nochmal Aber Ja Die Oberpflanze Ist tot Drei Und Zwei Komme ich den jetzt wieder nach oben Was war denn unten Ich habe schon wieder vergessen Was hier unten war Oder ist da auch was Was ich aufschließen kann Ich weiß wieder was unten ist Das war das mit den Haifischen Moment Mit den Haifischen Da ist nichts zum aufschließen Da ist Nein Das ist Quatsch Ich muss zurück in das Herrenhaus Ich muss direkt in das Haus zurück Weil ich ja jetzt den Schlüssel habe Das hier unten ist Für mich nicht mehr relevant Zumindest erst mal nicht Da ist alles offen Ich habe da ja alles schon geöffnet Einmal Einmal Ich muss mit dem Fahrstuhl zurück Oder mit der Leiter nach oben Einmal Das war's. Ja, da waren die Spinnen drin übrigens. Das war ein Bildjahrtraum. Mensch, ist das wirklich... Mir kommt das alles so gleich vor. Mensch, ich war doch hier schon drin. Wieso? Nein, die Haifische haben nichts damit zu tun. Ich glaube, das war der Eingang. Ja, ich bin richtig. Ich muss ins Herrenhaus. Den richtigen Schlüssel hatte ich jetzt. Es gibt ja auch nicht so viel hier unten, dass... Die Batterie wurde herausgegangen. Ich bin nicht trotzdem hinten. Ich muss irgendwo der Strom für den Aufzug bekommen. Komm, ich bin selben. Na also, ich komme da auch so nach oben. Ja, ich komme da auch so nach oben. Das ekelige Zeug, das brauche ich jetzt nicht. Diese Würmer. Diese Blutegel oder was auch immer das darstellt. Ja, wir schauen uns im anderen Haus um. Was bedeutet, wir gehen zurück. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Oh. Was hat das denn jetzt? Ach so. Leg dich nicht mit jemandem an, der eine Bazooka noch hat. Nein, hier kam der Herr, hier kam ich her und ja. Das war also der Auftritt des Liquors. Ich glaube, ich glaube, hier war das mit den Vögeln. Mit den Bildern, oder? Ja, genau. Ich glaube nicht nur, es ist richtig. Ich glaube, die Bazooka, die behalte ich jetzt erst mal. Alles, was hier vorne an Türen ist, das war schon offen. Jetzt ist wohl hier total Schaden. Jetzt sind sie aber alle angekommen, oder? Auch hier eventuell das sinnloseste Zimmer, der sinnloseste Raum. Momentan noch. Es kann ja natürlich sein, dass dieser Raum mir auch noch was bringt. Okay, gehen wir erst mal, gehen wir erst mal so zurück, dass ich irgendwie einen Überblick habe, wo Türen noch verschloss sind. Spinnen! Sag mal, geht es euch noch gut? Ihr habt ja alles hier reingepackt jetzt. Weg! Spinnen! Ja, jetzt natürlich, dass der mich in das, dass der mich jetzt hier rüber schickt in das Haupthaus. Kann ja nur besser werden. Aber ich bin ja bewaffnet. So, ist hier noch jemand? Spinnentechnisch? So, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hier war irgendwo was zu. Ansonsten ist das der gegenüberliebende Raum. Sie haben für diesen Raum keinen Schlüssel. Irgendwann war das mal, der stand irgendwann mal dort. Schon mal gar nicht. Nicht mal andeutungsweise. Sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. Ja, das ist der besagte Raum, wo ich keinen Schlüssel dafür habe. I get no key for this room. I don't understand why I cannot go enter that room. Oh Gott, sprich bitte wieder Deutsch. Also, gegenüber jetzt. Bin gespannt. Was hier alles noch verseucht ist mit irgendwelchen Zierschen. Schöne Reihe nachher. Erstmal in den Speisesaal. Niemand, nichts. Dann doch aber hier bestimmt. Eine Bazooka, die ist noch, die ist jetzt aufgeheizt. Mein Gott, chill. Benimm dich doch nicht mit so einer Bitch. Warum sind die so schnell? Aha, aha. Oh, das fällt doch alles auf. Oh, das fällt doch alles auf. Mein Gott. Von innen verriegelt. Jawohl. Hier drin ist bloß das Klamm hier. Da gehe ich nicht noch mal rein. Ich weiß, dass irgendwo, wenn ich die Treppen hochgehe, dass da auch eine Tür war, die mit dem Schlüssel, den ich jetzt habe, verriegelt war. Oh, die kommt noch, die Tür. Ah, nein. Da drin war der Tiger. Ah, nein. Moment, da war oben. Ja, oben, die Treppen nach oben. Hier ist nichts. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier wird nicht gelacht. Hier wird nicht geheult. Nein, die Treppen nach oben. Na, was mache ich denn jetzt wieder für ein Mist? Es ist aber auch. Da schickt mich der Herr Wesker wieder zurück ins Hauptgebäude, ins Herrenhaus. Und ich kriege einen Haufen so. Und sie haben gerade, ja, jetzt habe ich endlich mal hier aufgeschlossen, der Schlüssel. Das erste Mal macht der jetzt Sinn. Und, ja, bin ich mal gespannt. Hier ist ein Zettel. Befehle. Streng geheim, 22. Juli 1998, 2 Uhr 13. An den Leiter der Sicherheitsabteilung. Der Tag X rückt näher. Führen Sie die folgenden Befehle innerhalb einer Woche durch. Erstens, loggen Sie die Mitglieder der Stars in das Labor und sorgen Sie dafür, dass Sie mit dem BOW kämpfen, damit wir Daten über aktuelle Kämpfe erhalten. Zweitens, entnehmen Sie pro BOW Typ 2 Embryos, damit wir sicherstellen können, dass alle Arten außer Tyrann vorhanden sind. Aha, also es war von Anfang an geplant, dass die Stars-Mitglieder hier reingelockt werden, inklusive mir. Okay, ja, gut zu wissen. Drittens, vernichten Sie das Labor Arcle einschließlich aller Wissenschaftler und Labortiere auf eine Art, die nach einem Unfall aussieht. Ja, White Umbrella. Das ist ja auch mal schön zu erfahren, ja. Dass der ganzen Geschichte, wie die hier losging, sind wir die Versuchstiere. Jetzt ist es raus. Wir sind die Versuchskaninchen. Sie haben uns alle mit Absicht hierher gelockt. Was ist denn das? Mag, 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 Num, Geschosse. Nehme ich mal mit. Schrot-Munition, ja, nehme ich auch mit. Ich kann ja irgendwann auch mal wieder. Ah, na toll. Jetzt kann ich das zwar verschieben, aber wo soll ich es denn hinschieben? Kann ich das überhaupt verschieben? Hat das eine Sinn? Nichts Wichtiges. Und wieso schiebe ich dann denn das? Sieht aus, als ob er sich gleich bewegt. Als ob er sich gleich bewegte. Ja, das sehe ich nicht so wirklich mit dem Sinn. drin, was ihr wollt. Da muss ich den Schalter drücken. Das ist ein Schalter, möchten Sie? Eigentlich nicht. Weil dann mache ich es ja dunkel. Was hat das für einen Sinn, wenn ich den Schalter drücke und dann wird die ganze Gegend dunkel. Moment, ich muss erst mal überlegen. Vielleicht sieht man ja am Dunkeln was, was man bei Licht nicht sieht. Könnte ja sein, dass mir das was nützt. Ah, sage ich doch. Man sieht was, was man bei Licht nicht erkennt. Du sollst da hochgehen. Mach doch mal nicht immer diesen Move, hier wegzulaufen. Hoch, geh hoch, hier oben ist was. Oh, ich kann nicht mehr mittragen. Schön. Jetzt habe ich die Muni genommen. Kann ich denn irgendwas... Das ist der Stein, der mir fehlt. Das ist der... Wieso habe ich das aufgehoben? Ich bin so dumm. Hatte ich hier hinten was zum Speichern oder irgendwie was? Ach mein Gott, jetzt renne ich wieder zurück. Jetzt laufe ich wieder zurück und suche was. Ah, den Blödsinn wieder eingesteckt. Ich brauche was, wo eine Kiste ist, um nichts zu sein, was nur zum Speichern ist. Ach, komm. Ah, das ist doch nicht schön. Jetzt habe ich das vorher eingesammelt. Wieso sammle ich den Schrott ein? Reicht mal. Brauche ich jetzt überhaupt nicht. Dann muss ich auf die Idee nicht vorher kommen, dass im Dunkeln auch was zu finden ist. Ach, na zum Glück. Zum Glück. Zum Glück ist hier auch eine Kiste, wo ich das erstmal lagern kann. Normal läuft man ja hier auch Kilometer rum her. Weg damit. Okay, sehen wir uns mal so. Ich habe das jetzt gesammelt. Und außerdem, wenn ich hier oben, wenn ich hier oben diesen Stein finde, was finde ich dann hinter dem Tiger, wo ich das einsetzen kann? Das ist die große Frage, weil ich hätte gedacht, da wäre das ein Mondteil. Ja, ja, ist klar, es steht, es steht, es steht, es steht wieder so da. Ja, ich habe manchmal für chill, habe ich auch ein paar Schimpfworte, die ich hier nicht sagen möchte. Fängt mit B an und endet mit H. Ich gehe so raus, weil wenn es dunkel ist, dann weiß ich Bescheid. Oh, ey, Treppen wieder runter. Ich glaube, ich glaube zu wissen, dass das die Richtung ist, wo der Tiger war, wo ich das einsetzen kann. Ja, so wie ist das nicht. Lass mal schauen, wir gucken wieder mal jede Tür. Falsch, natürlich. Der Tiger, der Tiger. Müsste hier sein. Ich hoffe es doch, ich hoffe es wirklich stark. Ich weiß, dass der in so einer Nische war, dass ich da irgendwie... Oh, nach Gott sei Dank. Oh, na, na, na. Oh, nach Gott sei Dank. ja falsch gedacht ich habe gedacht hier ist nur irgendwas was ich einsammeln muss aber es war halt nicht so wo kommt es hier von hier hinten kam es so jetzt in einem speicherraum für bestimmten was heißt speicher raum ich brauche kein speicher raum ich brauche einen ort zum speichern den haben wir hier die schreibmaschine so freunde da würde ich mal meinen wir treffen uns dann vom nächsten speicher raum im nächsten part und da mache ich dann auch die nächste dinge die wo der schlüssel eröffnet und ja wie immer vielen dank dass ihr bis hier zugesehen und zugehört habt wirklich sehr sehr freuen und ja da sage ich bis zum nächsten mal hier bei resident evil directors cut bin erst mal weg tschüss